Und hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play Devil May Cry, DMC der Orden Mission F. Ach, die Bullen. Und ich bin wieder im Limbos. Das ging aber ganz schön schnell. Ja, wieso soll ich jetzt... Wieso sollte ich jetzt Aquila ausrüsten? Die sind doch so viel leichter kaputt zu machen. Was sag ich hier? Was der... Nein, nein, nein! Fettsäcke wird Kettensägenarme oder was? Und wer bist du, Schweinehund? Der Schlechter. Okay, das wird jetzt richtig schön. Boah, so ein Angeber. Okay. Der Schlechter ist echt ein komischer Gegner. Oua! Oh, okay. Wow, what the fuck? Oh, okay. Verdammt, sie brechen auch vom Limbos aus durch. Mhm. Mhm. Wo seid ihr, Leute? Hm. Immer noch keine verlorene Seele. Uh, ein Lebenstern. Ich hab immer noch keins von diesen Scheißteilen benutzt. Oh, da haben wir einen. Immerhin. What? Hey, hörst du? Aua. Kat! Wo seid ihr? Wo seid ihr? Hm. Was für ein komischer Auftrag. Oh, wieder welche. Oh, fuck. Ah, fuck. Leck mich am Arsch. Jetzt machen wir's auf meine Methode. Ja. Gefällt dir das immer noch, du Fettsack. Ist mir scheißegal. Egal, ob du mich treffst. Mein Leben heizt sich trotzdem wieder von selbst auf. Oh, der explodiert. Mal machen. Okay. Ach, da kommt noch einer. Nein, nicht der Fettsack. Und nicht die Schlampe. Boah, rekt du Schlampe. Stirb. Schlampe. Okay, die Schlampe ist weg. Immerhin. So, du Fettsack. Aua Ich hasse den Fettsack so sehr So sehr Aber jetzt macht er einen Abgang Der lebt immer noch Kannst auch übertreiben Jetzt aber Viel Leben habe ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht mehr Okay Oh da haben wir eine verloren der Seele Wie komme ich jetzt da hoch Oh da sind ja Gegner gekommen Hab ich gar nicht gesehen Bäm 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 Und Bäm So Da lebt noch einer Immerhin Kommt immer noch welche So Oh Mann Muss das jetzt sein Echt Oh so viele Gegner Vor allem Jetzt komm her Haha Nein Kettensäge Fotzke Mama Ach Nervt So Kettensäge Fotzke Sind jetzt mindestens weg Und Die Fliegviecher Auch Kommt ja immer noch welche Ich bin mir Arsch und Zwirn Ich hab keinen Bock mehr Ach jetzt ist die Tür offen Fack 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 Jetzt bin ich einfach Vorbeigegangen Kettensäge Okay das nix Das Gebäude wird gestürmt Verdammt Kann mich irgendjemand Ah da ist einer Scheiße der Hauptwimmel ist ja Ich hoffe Kat geht es gut So Vier fehlen noch Oh hallo Guten Tag Kettensäge Typ Wie steht es da oben In der Luft Ach wie so ist es nicht gut So Da geht es bestimmt weiter Das denke ich jetzt erstmal Da nach links Da geht die Tür zu Und da geht die Tür Auf Nix 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 Verdammt Seht ihr Dann sind es nur noch drei Haben wir hier auch noch einen Wo Wo Oder geht es hier weiter Wenn hier Ein Laden ist Geht es hier bestimmt weiter Hm Oder auch nicht Doch da geht die Tür auf Oh da geht es hundertprozentig weiter Nein Dann muss ich da noch nicht hin Ha Scheiße die Tür ist hinter mir zugegangen Fuck Ach schon wieder so ein Kettensägen Bastard So So You Pedal Oh Jess Exploitierst du jetzt Yeah Niko Oh das Leben So Da oben ist auch noch Leben What the fuck Weswegen grinst du so Oh ne Dann los Oh Bist du in der Luft Und kannst nix Machen Oh Der kontert das Geil Okay Okay Au Also drauf hat das Das muss ich schon zugeben So ne Vergesagt Oh Da haben wir ja einen Mit Zieh dich jetzt auf den Oh Oh Wie hässlich. Oh, das war auch schon mit der Mission. Krass. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ja, ein S. Mehr hab ich auch nicht erwartet. Okay, liebe Leute, das war's mit Mission 11. Und wir gehen dann beim nächsten Part mit Mission 12, wo wieder nur ein Bossfight sein wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über einen Gefällt mir und einen Kommentar freuen. Und wir sehen uns dann bei Mission 12 von Feinden umgeben. Ciao.